Du hast gerade Abi gemacht und möchtest an der RWTH studieren? Dann komm doch morgen zum langen Abend der Studienberatung. Das ist eine NRW-weite Veranstaltung zur Studienorientierung. Da sind wir natürlich als RWTH auch am Start. Und ab 10.30 Uhr kannst du dir im Infocenter der zentralen Studienberatung Infomaterialien abholen. Im Anschluss daran kannst du Vorlesungen besuchen oder an einer von drei Campus-Touren teilnehmen. Im Nachmittag gibt es einen Vortrag zum Thema Studieren an der RWTH. Und daran im Anschluss kannst du Einzelberatungen bei uns in der zentralen Studienberatung wahrnehmen. Weitere Infos gibt es hier im Programm. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wir freuen uns auf dich.